Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Ich habe gleich erstmal zu Beginn dieser wunderbaren Folge, ich habe eine Maßnahme getroffen. Nämlich, ich habe, sieht man hier nicht, ich habe die Sprache, wenn es wahr ist, auf Englisch umgestellt. In der Hoffnung, dass da die Synchro besser ist. Weil die Deutsche doch, man muss es zugeben, doch eher leihenhaft gemacht ist. Zumindest kommt es mir so vor, weil, naja, Geralt flüstert jemandem etwas zu, dieser antwortet schreiend, woraufhin Geralt dann wieder normal spricht und dann der andere auch wieder. Es ist einfach, ich hoffe, es ist im Englischen besser. Wir werden es herausfinden. So, dann würde ich sagen, wir schauen einfach mal, was der Gefangene uns zu sagen hat. Das ist Arnold, mein Rat. Ja, ja. Tomorrow's my big day. Why are you here, Elf? Delighting in the last moments of my life. Or trying to. I hang tomorrow. I have a request. Mhm. I have always found games pleasant, and Jethro, let me keep my dice. If you don't have your own set, we can share mine. Ja, schön. Ähm, äh, 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 5. Äh, würfeln. Schauen wir mal. Können wir erst mal würfeln. Wie schön ist das? Und die Stimme ist toll. Okay, gleich zu Beginn einfach mal einen Poker gewürfelt. Find ich gut. Yo. Plus 3. Yay, er hat aufgegeben. Schön. Nächste Runde. Und würfeln. Zwei Paare? Nice. Jo, zwei Paare und er hat zwei Paare. Dann täte ich sagen, er hat höhere Paare. Ich setze trotzdem nochmal drei. Der Gegner geht mit. Den Sechser würfeln wir neu. Mal schauen. Hoffentlich haben wir Glück. Ach Mist. Ja, nicht jetzt. Das ist doch nicht wahr. Okay. Nächste Runde. Äh, ich würfle. Sehr schön. Sechser-Drilling. Er hat ein Paar. Erhöhen. Ich hab wieder gewonnen. Ach, wie schön. Okay. All right, you maggots. The king in his mercy will pardon whoever subdues the cockatrice in the sewers. Pardon? What about half the kingdom? What about half the kingdom, the princess's hand in marriage? Clever. Watch what you say, Witcher. Political jokes could get you in trouble. I'll slay the monster. Too late. There's another volunteer. I'm the better candidate. The creep in the corner claims he'll defeat it bare-fisted. Which creep? Yo-ho! That tub of lard? You're kidding. You want freedom? Fight for it. Whoever wins, faces the cockatrice. Pieces of cake. This is Arnold, my rat. I'm innocent. Wir sind alle unschuldig hier. You tasted the muck, they call supper. Mh, nein. I may be a thief, but society is to blame. Ja, natürlich. Die Gesellschaft ist immer schuld. Kann ich jetzt mit dem reden? Hallo. Okay, ich kann nicht mit dem reden. Muskelmann. I'll defeat you. Then thrash that lizard and go free. Let's do it. Let's do it. Äh, hallo? Ich... Ich hätte gern... Ähm... Okay, Moment. Jetzt. So. Ich finde es auch toll, dass man... ...einfach mal nicht wirklich ausweichen kann. Nice. Und auch noch schön zensiert, dass man ja nix sieht. Das finde ich toll. Das finde ich wirklich toll. So, schön. Ähm, ja. Wir haben schon gewonnen. Hör auf zu tanzen. Gerald freut sich. Was für... Was für Zauberei? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab nicht mal... Was? Okay. Okay. Ich hab... Want to slay the beast, or would you rather just stand there? I need a weapon. That's funny. We recently confiscated a Witcher's sword. Where? Not your business. Jethro, bring that silver sword. The one we found at Talers? Uh-huh. Yes, idiot. That one. Can I have it? Get it from Jethro. The rest of your gear is in deposit for afterwards. Fine. One more thing. I'll pay extra for the monster's head, provided it's undamaged. I'll see what I can do. Nice one. Das heißt, wir kriegen sogar ein Silberschwert und offenbar lernen wir als Taler kennen. Finde ich toll. Oh, the sword. Where was it? Hurry up. I don't have all day. Yes, we also confiscated a potion. Once you've completed your task, collect your belongings from behind the bars. I'll ask about it. Then I'll get the professor. Stupid. The professor just does the wet work. If you want to be effective, you'd strike at his boss. Though I doubt you'd succeed. He's a big player. He has Concessions. Concessions, you mean? I'll find him. First you've got to survive your meeting with a cockatrice. Watch my belongings. I'll be back and I'll want everything returned. I'll be back and I'll be back and I'll be back and forth. Wunderschön. Okay, wer ist er? Oh, you're a witcher? Indeed. White hair, vertical pupils, signs of mutation. Skip the medical exam. Forgive me. I meant no harm. I'm Siegfried, a knight of the Order of the Flaming Rose. I'm Geralt. I've heard much praise concerning the combat skills of witchers. If you don't mind, I have some work to do down here and I'd like to get it done fast. A cockatrice, correct? That's why I'm here. Let's talk. Yes. Okay. Na gut, aber dafür sind die... ist die Stimme geiler. So. Ähm, glaubt ihr, ihr könnt die George töten? Think you can kill the cockatrice? The sacred flame will guide me. What prompted you to enter the sewers after a beast? It threatens Vizima. The Order's been fighting beasts for a while. Rather effectively, too. Wait. That's witcher's work. You witchers are relics and few in number. You're no competition. The Order demands no payment for protecting humans. I suppose fairies funded your armor and castles. I've no desire to argue. We're both here. There's no reason to await the other's turn, especially while there are drowners here, too. Let's join forces instead. I want to see your combat skills and I assure you, my sword is at your disposal. Okay, na gut, dann gehen wir. Agreed. Let's go. You lead. Ich gehe voran. Juhu. Ähm, Silberschwert des Hexers. Ihr besitzt nur ein Silberschwert, das wirkungsvoll gegen magische Bestien und ungeheuer ist. Das Stahlschwert ist effektiver gegen Menschen und Tiere. So. Ähm, dann schauen wir mal. Ähm, okay, ich mache mal Katzenstil. Moment. Ähm, ich bin wieder raus aus der Steuerung. Komischerweise. Ah, na los. Zack. Okay. Nice. Okay. Das heißt, ich kann die jetzt auch gleich, äh, looten. Jawohl. Dann loote ich die mal. Alles transferieren. Ähm. Da nehmen wir auch alles. Natürlich. Wir reden. Die Cockatrice ist ein gefährlicher Fehl. Ja, das mag sein, aber... Ich bin ein... Ebenso... Mindestens ebenso gefährlicher Hexer. Was ich schon alles geleistet habe und noch leisten werde, das ist unbeschreiblich. Da kommst du niemals ran. Unbekanntes Kraut kann nicht gesammelt werden, weil er es nicht kennt. Er weiß zwar, dass man es brauchen kann, aber er kennt es nicht und nimmt es nicht mit. Äh. Hallo, Maus. Jetzt. Hier. Ritual. Gut. Dann haben wir die Zeichen jetzt verstärkt. Finde ich sehr gut, ehrlich gesagt. So. Da vorne ist bestimmt wieder ein Atron. Kann das ja auch sauf. Oder mehrere. Hallo, jetzt. Unten ist das Silberschwert langsamer. Kann das sein? Da wirbelt er mehr rum. Okay. Auch nicht schlecht. Achso. Der war tot. Na dann. Danke. Danke. Dankeschön. So. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich habe doch keine Ahnung. Äh. Hier. Map. Aha. Ausgang. Gorgonest. Okay. Das heißt entweder rechts oder links. Also wir sind eigentlich genau gegenüber. Wenn man es so nimmt. Na gut. Dann gehen wir da hin. Weil da ist noch ein Ertrunkeler. Den wir looten können. So. Wunderschön. Ah. Okay. Nice. Ich habe die Gorgos schon gehört. Okay. Ich habe die Gorgos schon gehört. Okay. Ähm. Hier. Wolf. Okay. Äh. Katze. Mussten wir mehr Zeit lassen beim Klicken. Das Silberschwert dauert irgendwie länger. Bei einem Angriff zu landen. Hallo. Hallo. Jetzt greif doch mal wieder an. Nice. Schön. Der Typ hat geschlafen während ich die besiegt habe. Finde ich toll. The Cockatrice is dead. Now. Where was the exit? I don't think I can go back the way I came. Come. I lead you to the exit. Take the Cockatrice's head. Vincent pays well for trophies. Very well. Though it reeks. Natürlich. Äh. Was haben wir denn da? Mal Katzevira. Okay. Was auch immer eine Sevira ist. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ja. Ich. Ich beeile mich. Äh. Und jetzt? That door leads out of the sewers. So. This is where we part. But. Quiet. I hear footsteps. Odd. Fewer der Menschen hier. He's the white head bastard. Kill him. The knight too. Okay. Jetzt muss ich also mit dem Silberschwert gegen Menschen kämpfen. Okay. Die haben also Meuchler auf uns angesetzt. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil sie nicht wollen, dass wir aus dem Gefängnis freikommen. Interessant. Interessant. Alles nehmen. Joa. Kann man ja ausrüsten. Auch wenn es nicht wirklich dazu passt. Äh. Ja. Nehmen wir alles. Ahem. Ich habe ein Freund in Vizima, ein Detektiv. Ich habe ihn für Hilfe. Wo sind Sie? Ich habe Dinge zu attendern. Dann gehe ich aus, in search of Beasts, als die Welt ist noch mit ihnen. Du bist gut, Siegfried. Glad wir haben. Ich muss meine Dinge. Ich habe alles. Jethro ist zu haben, mit Sticky Fingern. Let's get out of hier. Hier ist die Key für die Passage zu town. A few days ago, ich locked die Tür zu halten. Danke. Ich würde nicht zurückkommen, wie ich kam. Wir treffen uns wieder, wenn Sie die Sewers besitzen. Manchmal versuche ich hier in search of Monsters. Ah, Ihre sacred Mission, um die Menschen zu retten. Dein Sarcasm ist unnötig. Wir sind auf der gleichen Seite, Witcher. Du wirst das einen Tag verstehen. Auf Wiedersehen und danke. Wenn Sie mich brauchen, ich werde meine Quotes in Vizima. Boah, dieses, dieses Farewell. Ah. Ich mag diese Stimme. Ich mag diese Stimme sogar sehr. Temerisches Stahlschwert. Dann nehme ich das erstmal als Aus... Gleich als Aushilfe. Der hat, der trägt die überkreuzt. Das gefällt mir nicht. So. Meckern auf hohem Niveau natürlich. Ähm. Das waren Salamandra Typen. Äh, 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 äh. Äh. Hier. Kann ich den Typen irgendwie... Nö. 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 Seh ich nicht. Egal. Ich geh erstmal zurück, äh, hinaus aus dem... Naja, aus den Kloaken. Black Screen? Ah, jetzt Tempelbezirk. Wunderschön! Abgedeckte Karren! Vizimas Tempelkarte. Hörer, Mörderer und Begeister. Salamandra's Basis muss näher sein. Achja. Diese wunderschöne Stimme, Alter. Tut mir leid, aber ich... Ich, ich, ich... Ich will auch so ne Stimme haben. Ich hab kein Geld bei, tut mir leid. Ja, und ich hab kein Geld bei. Tut mir leid. Ich bringe Ärger, okay. Hm, interessant. Die private Augen, die Siegfried hat erwähnt. Könnte sehr hilfreich sein. Ich muss irgendwo anfangen. Irgendwo. Ah, Leben! Ich geh mal einfach rein, ungefragt. Da, Raimund Mahlöwe. Ist das ein Zauberer? Der hat einen spitzen Hut. Weg, was wir hier naistiert? Ich habe Gerold. Ich bin Gerkelt, von Rivia. Wie kann ich die anderen, als ohne andere? Ihr gehint manρίzt. Wie kann ich mir helfen? Ich bin innen. Ist das wo ich finde es? Good question. Wenn ich arbeite für die Law'ersen,�entich und Fenn. Intensiert? Die Namen nicht so für mich. Aber ich denke, dass es ein vermöhnlicher Gedan. Als Professionell verstehst du, dass die Information seinen Preis hat. Ich schaue. Ich bin alle Ehrten, White Wolf. So, mich interessieren die Leute, die Salamander-Abzeichen tragen. Ähm, naja, äh, offene Rechnung, Azar Javed. Okay, fahrt fort. Go on. Azar Javed, a Zeracanian sorcerer, leads Salamandra. He's more dangerous than a pit of Kikimors, but unfortunately out of my reach. With his contacts and resources, he's got almost free reign in the city. I got a taste of his abilities. Anything else? I suspect Salamandra has built a large-scale operation, with gold simply greasing the wheels of their political ambitions. They're conducting genetic experiments. Dangerous ones. Regular thugs wouldn't have the knowledge or means. Who's working for Javed? Any guesses? The captain of the guard who dropped that investigation disappears, Knights. Maybe you can squeeze some information out of him. Is that all? We might have one more lead. The city guards detain someone who could provide information. The guards at the city jail? Yeah. Find a way to question that prisoner. In the meantime learn what you can from the guards. Count on it. People open up to me all the time. His information could be priceless. Good luck. Okay, ich glaube, das ist ein Zufall, dass der einen Monockel trägt. Ähm.